Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, lange ersehnt, endlich ist es da. Die Auslosung zu den 900 Abonnenten. Leute, es tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, aber wir waren jetzt so lange krank und dann konnte ich auch keine Videos drehen, weil ich sah auch nicht so aus, als würde man mich irgendwo sehen wollen. Nicht mal für ein Auslosungsvideo. Dementsprechend holen wir das jetzt nach. Und zur gleichen Zeit haben wir auch schon mittlerweile über 1000 Abonnenten erreicht. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür, hat mich super doll gefreut, war immer damals mein Ziel auf YouTube, als ich angefangen habe. Ja, ich weiß, es steckt mir keine großen Ziele, ne? 1000 reicht. Ja, wie auch immer. Dementsprechend wollte ich diesbezüglich auch gleich was Neues verlosen und dachte, ich schmeiße es jetzt euch alles in dieses Video rein. So, kommen wir erstmal zu der Auslosung. Ich blende euch das hier gleich ein. Ich werde das hier in meinen Auslosungs-Zufall-Generator reinschmeißen und dann gucken, ob die Person mir auch wirklich folgt und was geschrieben hat. Dann viel Spaß beim Zusehen erst einmal. Das seht ihr jetzt hier. So, da mein Bildschirm... Ja, für immer nicht so funktioniert, mache ich das jetzt mal so. Versuche jetzt hier mal das zu bestätigen. Ich habe schon mal den Link hier eingefügt vom Video. Er lädt jetzt die Kommentare. Sorry. Und jetzt... Ähm... Äh... So, ich wähle nach Zufallsprinzip aus. Oh! Wie cool, die kenne ich auch. Sehr witzig. Ähm, das ist eine ganz liebe Followerin von Instagram auch. Die ist sowieso sehr aktiv. Der gönne ich das besonders. Also, herzlichen Glückwunsch! Das freut mich. So, jetzt blende ich noch einmal ein, wer gewonnen hat. Erstmal ganz, ganz, ganz dollen, starken, herzlichen Glückwunsch! Ähm... Wird das gute Stück weiter verlost. Zur Erinnerung, es gab einen 25 Euro Amazon-Gutschein. So. Und dann machen wir auch direkt weiter mit der 1000-Abonnenten-Verlosung. Oh, Leute! Ähm... Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt was für Muttis kaufe, dann passt das wieder nicht zu jedem. Wenn ich was für nicht-Muttis kaufe, dann können die Muttis wieder nichts damit anfangen. Und, 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 und. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt einfach einen Wunsch-Gutschein zu verlosen. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Den kann man in 5000 Geschäften online und nicht online, also stationär einlösen. Und ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee. Also es ist noch ein bisschen mehr breiter gefächert als ein Amazon-Gutschein. Und, ja, den würde ich euch als Dankeschön ganz gerne verlosen. Die Bedingungen, um teilzunehmen, sind wie immer dieselben. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Und dann seid ihr auch schon im Lostopf drin. Und dieses Mal sehe ich zu, schneller ein Feedback zur Auslösung zu geben. Und, ja, ich drücke euch allen ganz fest die Daumen. Der Gewinnerin schon mal ganz, ganz viel Glückwünsche von mir an dich. Und melde dich bitte schnell. Ich hoffe, ich kann den Gewinner noch direkt zustellen. Und, ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon. Das war ein recht kurzes Video. Ich habe auch gar nicht so viel zu erzählen. Wir waren halt, wie gesagt, krank. So wie ungefähr alle aktuell. Dementsprechend. Relativ kurz und knackig. Ich verlinke euch trotzdem noch meine letzten beiden Videos hier oben. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.